Europa stand in Flammen. Wir alle würden sterben. Die Alliierten waren gelandet und marschierten auf Paris zu. Die Deutschen wollten alles zerstören, alles dem Erdboden gleich machen. Vor allem Paris. Die Sprengung der Brücken wird ein spektakuläres Hochwasser der Seine auslösen. Fahren Sie fort, Herr Landau. Fünf Minuten nach den Brücken wird Notre Dame gesprengt. Und die Bahnhöfe? Nichts bleibt stehen. So der Befehl des Führers. Warum wollen Sie diese Stadt unbedingt zerstören, Herr Stadtkommandant? Das geht Sie nichts an, Herr Nordling. Sie irren sich. Wenn man mich heute Morgen nicht gebeten hätte, mit Ihnen in Kontakt zu treten, dann würde ich jetzt noch schlafen, nichts ahnend, wie all diese Menschen, die Sie bald umbringen wollen. Hören Sie auf mit dem Theater und seien Sie endlich still. Es sind Zivilisten. Zivilisten, für die dieser Krieg ein Wahnwitz ist und die Ihnen absolut nichts getan haben. Wie viele Kinder, die so alt sind wie Ihre, werden wohl unter diesen Toten sein? Haben Sie je daran gedacht? Halten Sie den Mund! Ich wurde nach Paris beordert, um die Ordnung wiederherzustellen. Ich werde mehr als das tun. Und was genau haben Sie vor? Ich werde Sie allesamt zermalmen, bis auf den letzten Mann. Ich habe mich in Ihnen getäuscht, Herr General. Und in mir selbst. Ich hatte gedacht, ich könnte Sie von einem so wahnwitzigen Vorhaben abbringen. Wir werden also diesen Dom, den Louvre oder die Place de la Concorde nie wiedersehen. Wir werden keine Kinder mehr in den Parks spielen sehen. Adieu, ihr Turme von Antredam. All das wird für immer verschwinden. Und Sie haben keine Gewissensmesser. Nein. Was sind Sie nur für ein Mensch?